Viele von euch schreiben mir in den Kommentaren immer wieder, wie viele Aufrufe sie mit ihren YouTube-Shorts bekommen. Und die Frage, die auch häufig damit so ein bisschen einhergeht, ist, warum bekommen meine normalen, langen Videos denn nicht so viele Aufrufe? Vielleicht ist das bei dir auch so, wenn du beides hochlädst, Shorts und längere Videos. Woran liegt das? Machst du irgendwas falsch bei deinen langen Videos? Oder ist es vielleicht sogar so, dass Shorts viel einfacher sind, dass du mit Shorts viel besser mehr Aufrufe bekommen kannst? Solltest du eigentlich nur noch Shorts vielleicht machen, weil die besser funktionieren? Sollten wir alle nur noch Shorts machen? Sind Shorts viel besser als lange Videos? Um all diese Themen soll es in diesem Video gehen. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und falls du dich mit Shorts noch gar nicht so sehr beschäftigt hast, jetzt trotzdem in dem Video bist und dich fragst, was sind Shorts, wie funktionieren die, wie gehe ich am besten damit um? Ich habe dir hier mal eine komplette Playlist mit all meinen Videos zum Thema Shorts zusammengestellt. Da kannst du alles rund um YouTube Shorts lernen. Jetzt wollen wir uns allerdings mal den Unterschied zwischen Shorts und längeren Videos angucken. Und warum Shorts häufig auch am Anfang viel mehr Aufrufe bekommen. Und das liegt eigentlich grundsätzlich erstmal vor allem daran, wie Shorts gefunden werden. Denn der Zuschauer muss ja nicht aktiv auf ein Short klicken. Zumindest nicht, wenn man es in einem Shorts-Shelf sieht. Also in diesem Bereich in YouTube, auf einer YouTube-App, wo man so durch die Shorts swipen kann. Da wischt man nach oben und dann kommt da einfach ein Video. Und dann ist das ein Aufruf. Das heißt, der Zuschauer entscheidet sich erstmal gar nicht aktiv auf dein Video zu klicken, sondern YouTube sagt, hey, hier ist das Short-Video, schau dir das doch mal an. Funktioniert genauso wie bei Instagram, die Reels oder auf TikTok und so weiter. Das ist ja überall so, dass du einfach einen Aufruf quasi bekommst, wenn jemand drüber wischt. Das bedeutet aber, dass ein Aufruf von einem Short natürlich überhaupt nicht gleich einem Aufruf von einem langen Video ist. Wenn nämlich ein normales YouTube-Video angeklickt wird, dann muss der Zuschauer erstmal aktiv auf das Video klicken. Sei es auf YouTube selbst, auf einen Titel-Thumbnail draufklicken oder von extern draufklicken, von wo auch immer. Aber man muss erstmal aktiv auf das Video klicken und kriegt es nicht einfach so abgespielt. Das heißt, ein Klick ist nicht gleich ein Klicken. Ein Aufruf ist nicht gleich ein Aufruf. Ein Aufruf von einem Short kann was ganz anderes bedeuten, als ein Aufruf von einem längeren Video. Das heißt, bei Shorts kann man schnell das Gefühl bekommen, hey, ich habe schon ganz viele Aufrufe bekommen und bei dem langen habe ich viel weniger Aufrufe bekommen. Dabei hat man bei dem langen vielleicht sogar mehr Impressionen bekommen. Und Impressionen ist ja im Endeffekt das, wie häufig dein Video überhaupt mal angezeigt wurde auf YouTube, als du Aufrufe mit deinem Short hast. Das heißt, man kann das Ganze nicht so vergleichen. Shorts führen natürlich total dazu, dass man erstmal motiviert ist, weil die Videos viel mehr Aufrufe bekommt. Und das ist auch schön. Lass dich auf jeden Fall davon motivieren. Aber man muss einfach wissen, dass die beiden Formate da ganz anders ticken. Worauf sollten wir denn dann achten? Woher wissen wir, ob ein Short jetzt funktioniert oder nicht, wenn es automatisch quasi auch am Anfang einfach Klicks bekommt? Naja, die Zuschauerbindung ist hier das ganz, ganz Wichtige. Wir haben ja bei normalen YouTube-Videos zwei Faktoren eigentlich, die am allerwichtigsten sind. Das sind die Klickrate, wie viel Prozent der Leute klicken auf dein Video drauf und die Zuschauerbindung, wie lange schauen sie sich dann dein Video an. Und bei den Shorts fällt eben diese Klickrate komplett weg, zumindest über den Shorts-Shelves. Shorts können ja auch auf anderen Seiten von YouTube angeschaut werden. Aber diese vielen Aufrufe entstehen ja meistens durch diese Shorts-Funktion selber. Und da haben wir keine Klickrate mehr, sondern dort haben wir nur die Zuschauerbindung. Und im Idealfall auch eine Zuschauerbindung am Anfang von über 100 Prozent, also dass Leute sich dein Shorts wirklich mehrfach angucken, komplett angucken und dann sind sie ja wieder am Anfang und dann können sie sich das im Loop anschauen. Und wenn du dadurch eine sehr hohe Zuschauerbindung hinbekommst, dann weißt du, dass dein Shorts wirklich gut funktioniert. Ja, aber was ist denn jetzt besser? Es ist besser, Shorts zu machen und viele Aufrufe zu bekommen, obwohl die Aufrufe irgendwie anders funktionieren als bei langen Videos. Dann hat man ja wenigstens mal irgendwie einen Aufruf gehabt oder es ist besser, lange Videos zu machen, die dann auch zwar weniger Aufrufe bekommen. Was bringt eigentlich dein Kanal mehr voran? Das ist ja auch die spannende Frage. Und da ist es wirklich schwierig, weil man Shorts sehr schwierig nur mit langen Videos vergleichen kann. Am Ende des Tages, klar, die Shorts werden wahrscheinlich mehr Aufrufe bekommen, aber deine langen Videos werden definitiv mehr Watchtime bekommen, weil selbst wenn die langen Videos sehr wenig Aufrufe bekommen haben, gucken sich die Leute ja viel länger an, weil die Videos sind nun mal auch viel länger. Was ist da wirklich zielführend? Naja, die Frage, die dahinter steht, ist natürlich auch, was ist das Ziel mit deinem YouTube-Kanal? Und eigentlich sollten wir immer mindestens zwei Ziele mit einem Kanal haben. Und Ziel Nummer eins ist es, neue Zuschauer anzusprechen. Und Ziel Nummer zwei ist es, diese Zuschauer dann auch langfristig zu halten, dass sie sich mehr von unseren Videos anschauen. Und zwar am besten irgendwie Abonnent werden oder zumindest regelmäßiger Zuschauer und immer wieder Videos schauen. Das heißt, wir haben diese zwei Ziele eigentlich. Neuer Zuschauer bekommen und dann auch langfristig die Videos anschauen. Neue Zuschauer bekommen wir natürlich mit Shorts tendenziell viel mehr, wenn die erstmal vorgeschlagen werden. Aber das Spannende ist, es bleiben die auch. Schauen die sich die auch langfristig an. Und dazu gibt es tatsächlich spannende Messwerte in den YouTube-Analytics. Und die habe ich dir in diesem Video schon mal erklärt. Schau dir das gerne an. Damit kannst du auch Shorts gut mit längeren Videos vergleichen. Und dir anschauen, wie lange bleiben meine Zuschauer wirklich, schauen die sich auch regelmäßig Videos an. Und dann kann es total sinnvoll sein, auch Shorts zu machen, wenn das dazu führt, dass die auch wirklich regelmäßig sich deine YouTube-Videos anschauen. Ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen Klarheit in die Thematik bringen. Wir sehen uns im nächsten Video. Das war es von mir. Tschüss, euer Jan. Das war es von mir.